Was ist das Wort Gottes? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also Jesus ist das Wort, Jesus ist das lebendige Wort Gottes und je mehr wir das Wort Gottes lesen, je mehr wir das Wort Gottes in uns hinein essen, desto mehr bekommt jeder Mensch, der das Wort Gottes genießt, bekommt Leben. Amen, weil ohne das Wort in der Woche geht es nicht zu leben, meine Lieben. Und ich freue mich, dass wir jeden Tag eifrig das Wort Gottes lesen, oder? Wir lesen es. Ist das ein bisschen irgendwie? Amen, meine Lieben, Amen, das Wort Gottes ist wichtig. Und das tun wir, wir lesen es, wir lesen es und das Wort Gottes bringt uns Leben. Ich will heute über ein sehr, sehr wichtiges Gebot Jesu Christi reden. Und dieses Gebot tut in vielen Ländern heute Spaltungen errichten unter den Christen. Und dieses Gebot Jesu tut auch in vielen Ländern heute, wenn Menschen dieses Gebot halten, werden Menschen hier hingerichtet. Ein Gebot Jesu Christi, bevor er den Himmel fuhr, hat er es gesagt, seinen Jüngern zu tun. Es geht um die Wassertaufe. Eigentlich wird über die Taufe gepredigt an der Taufe. Das habe ich immer so die ganzen Jahre gepredigt. Aber Gott legt mir das mal aufs Herz, bevor die Taufe kommt bei uns im kürzenden Juli, dass ich heute schon über die Taufe predige. Weil das ist so, so wichtig, meine Lieben. Ich weiß, dass viele von uns die Taufe ließen aus dem Glauben, aus dem Ausglauben heraus. Aber die Taufe muss man verstehen. Die Taufe ist kein Ritual. Die Taufe ist etwas, was Jesus ganz bewusst seinen Jüngern damals gesagt hat. Die Frage, wie gesagt, Taufe hat in vielen Jahrhunderten wirklich Streitigkeiten, Spaltungen unter den Christen gebracht. 400 Jahre zurück war in Deutschland auch die Frage sehr aktuell damals. Und die Frage der Taufe, Wassertaufe, tausende, wenn nicht Millionen Menschen. Wirklich, ja, viele sind gestorben. Viele sind gestorben. Das Blut fließt, weil einer so hat es verstanden, der andere anders. Weil wir anders verstehen, was hat Jesus da richtig gesagt. Warum ist das jetzt so oder nicht anders. Und die Prägung, das was die Menschen gehört haben und das nicht mit dem Wort Gottes vereinbart. Und das hat so viele Streitigkeiten in unserem Land gebracht. Viel Blut. Sehr, sehr viel Blut. Aber ich freue mich heutzutage. Wir können darüber ganz offen reden und passiert nichts. Ganz offen reden, weil das ist ein sehr wichtiges Thema, mein Lieben. Sehr wichtiges Thema. Ich weiß, dass viele von uns vielleicht noch nicht erwachsen oder eine Glaubenstaufe hatten. Aber das ist sehr wichtig, dass man dieses Thema ganz offen angeht, meine Lieben. Es geht nicht um irgendwelche Rituale. Es geht nicht um irgendwelche Meinungen. Es geht um irgendwelche Menschenmeinungen. Es geht um das Wort Gottes. Und ich will heute uns weitergeben, das was die Bibel uns eigentlich sagt. Taufe ist kein magisches Sakrament. Das ist sehr, sehr wichtig. Taufe ist kein magisches Sakrament, dass wenn ich jetzt getauft werde, dass ich jetzt etwas anderes oder ein anderer Mensch geworden bin, dass ich etwas anderes habe, dass ich irgendwas anderes erfahre. Es kommt kein Blitz und Donner. Und wenn auch ein Baby und ein Säugel getauft wird, wird er auch kein Kind Gottes gleich sofort. Taufe ist kein magisches Sakrament. Und ich will uns, bevor, noch ein paar Dinge weitergeben, was Taufe eigentlich nicht ist. Taufe oder das Wasser der Taufe rettet keinen Menschen. Stimmt das? Das hat dich nicht gerettet, als du ins Wasser gegangen bist. Taufe rettet keinen. Taufe ist keine Rettung. Taufe ist etwas ganz anderes. Wir kommen gleich darauf. Was ist eigentlich Taufe? Taufe rettet keinen Menschen. Der Tropfen auf den Stirn macht den Menschen nicht zu einem Kind Gottes. Das ist so wichtig zu wissen. Es macht kein Kind, kein Säugling zu einem, automatisch zu einem Kind. Der Tropfen macht uns nicht zu Kinder Gottes. Das nächste ist die Taufe. Die Taufe ist auch kein Impfpass gegen den Teufel und gegen die Sünde. Wenn du getauft bist, denke nicht, dass du jetzt von allem beschützt bist und der Teufel hat keine Rechte in deinem Leben. Stimmt nicht. Die Taufe ist kein magisches Sakrament. Zum Beispiel, eine kurze Erklärung war, es war im 5. oder 6. Jahrhundert nach Christi Geburt. Die Taufe war zu einem mysteriösen Sakrament geworden in der Kirche. Es war so weit, dass die Taufe sogar höher gestellt worden ist, als überhaupt die Wiedergeburt und die Nachfolge Jesu Christi. Es war so hoch gestellt worden und darum wurde es so angegangen, wenn ein Mensch sich taufen lassen wollte, dann musste er eine Woche lang fasten. Jeden Abend sollte ein Diakon auf ihn die Hände auflegen und beten. Am letzten Abend, zum Beispiel am Samstag, die Taufe war, am Freitag, sollte der Bischof selbst die Hände auflegen und für ihn beten. Und ihn absprechen von allen dämonischen Mächten. Er sollte die ganze Nacht fasten und beten und hören auf das Wort Gottes. Morgens musste er am Teich oder am See oder am Ufer, wurde er ganz entkleidet und dann mit Öl gesalbt. Wurde das Wasser mit Öl gesalbt. Dann musste der Bischof ihn reinbegleiten und ihn da taufen. Und nachdem erst konnte er das Mahl des Herrn feiern. Dann nachdem erst wurde er zur Gemeinde hinzugefügt. So war die Taufe in späteren Jahrhunderten. Aber wir kommen jetzt auch kurz, wie hat es alles angefangen? Was ist eigentlich die Taufe? Die Taufe ist noch, es ist nochmal nichts, was wir oft ein mysterisches oder magisches Ritual, die uns heilig und himmelbereit macht. Das ist mal sehr wichtig, darüber zu reden. Taufe, werde ich heute sagen, ist ein Verlobungsbund oder eine Verlobung, die scheint bunt. Wenn zwei Menschen sich verloben, die haben jeder einen Ring. Das ist nur keine Hochzeit, ne? Das ist nur eine Verlobung, die Hochzeiten im Himmel stattfinden mit Jesus. Aber Taufe ist eine Verlobung und das heißt, dass sie zueinander gehören. Sie gehören zueinander, sie sind füreinander da. Aber das schützt uns nicht vor Ehebruch, vor Unsucht. Dieser Ring, stimmt. Und die Taufe schützt uns nicht auch vor Sünde. Wir sind nicht sofort automatisch jetzt heilig und gerecht. Taufe ist was sehr, sehr Besonderes. Okay, Jesus, lassen wir uns mal zu Jesus kommen. Jesus ist unser Vorbild. Er ließ sich taufen im Jordan. Muss er das tun? Nein, er muss das gar nicht tun. Jesus war gerecht. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Ja, und er als Mensch war gerecht. Die Bibel sagt, er hat keine Sünde getan, nichts. Aber er hat den Schritt gemacht. Bis zu dieser Zeit war er einfach Zimmermann. Im Haus des Josefs, er lebte ganz normal, wie auch du und ich. Und mit 30 Jahren sagt uns die Bibel, er ließ sich taufen. Er kommt dann in den Jordan. Und da war der Johannes, er hat getauft. Da war viel Wasser. Und uns die Bibel sagt, ganz Israel kam noch Johannes. Sie dachten, es ist der Messias. Er musste bestimmt derjenige sein, auf den wir jetzt warten. Und die haben gefragt, bist du es? Bist du der Messias? Er sagt, nein, nein, das bin ich nicht. Ich bin nur eine Stimme in der Wüste. Aber nach mir wird einer kommen, der mich nicht genug bin. Die Schuhe lösen oder die Schuhe ausziehen, was auch immer. Ich bin nicht genug, ihm zu dienen. Ich bin nicht genug. Er schaute auf ihn. Er wusste, er wusste, er ist der Messias und er ist derjenige, der kommen wird und er wird Israel retten. Er wird Israel retten. Und Jesus ließ sich taufen. Jesus kommt zu ihm und sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Und er sagt, nein, ich bin nicht würdig, Jesus. Er sagt, doch, ich will mich taufen lassen. Damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und nachdem, was passierte nachdem? Nachdem passiert etwas Gewaltiges. Eine Stimme und die ganze Menschheit, die um ihn waren, um Johannes und Jesus, die hörten wie ein Donner, dass Gott sprach, das oder dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hatte, habe, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus musste es nicht tun, aber er hat es getan, weil er heute in allem uns ein Vorbild sein musste. In allem. Und er muss die ganze Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Und wir sind heute seine Nachfolger. Wir sind diejenigen, die ihm heute nachfolgen. Wir sind gerufen, meine Lieben, heute im 21. Jahrhundert auch seinen Auftrag, den er damals seinen Jüngern befohlen hat zu tun, auch weiter zu tun. 2000 Jahre zurück, bevor er den Himmel fuhrt, hat er ein tolles Wort gesagt. Er hat ihnen die Jünger etwas anbefolgen oder ihnen etwas gesagt, was sie tun sollen. Und das lesen wir in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Das sind die letzte Worte Jesu. Und die letzte, wichtigste Worte, die Jesus seinen Jüngern mal, ja, bevor er den Himmel fuhrt, sagte er. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das sind drei wichtige Dinge. Drei wichtige Dinge, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Dass er, Satan sagt, Mir geben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er, er ist der Herr über alle Herren. Er ist der König über alle Könige. Nicht Satan, meine Lieben. Satan ist besiegt, ne? Jesus ist der Herr über alle Herren. Und wenn wir in den Alltag gehen, lasst uns nie vergessen, er ist der Herr. Er weiß, wie es lang geht. Und kein und niemand kann uns vom Weg abbringen. Er ist der Herr über alle Herren. Und er sagt, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Was heißt, macht zu Jüngern alle Völker? Mit anderen Worten, die Menschen sollen das Evangelium hören. Dass die Menschen glauben, dass ich der Messias ist, dass ich der Retter bin. Und die Menschen sollen mir nachfolgen. Jünger werden diejenigen, die Jesus aufnehmen in das Leben und folgen. Das ist ein Jünger Jesu. Ein Jünger Jesu, er geht seinem Meister nach. Er geht Schritt für Schritt ihm nach. Das ist ein Jünger Jesu. Das Erste, was er sagt, macht zu Jüngern. Dass Menschen an Jesus glauben. Und das ist unser Auftrag, meine Lieben. Das ist unser Auftrag für jeden. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Ich? Ich kann es nicht. Doch. Jeder kann es. Wenn du denkst, ich habe noch nie getan. Ich habe noch nie einen Menschen zu Jesus geführt. Doch. Es ist so einfach, ein Zeugnis weiterzugeben. Sagen, dass Jesus mein Leben verändert hat. Wir brauchen nicht Gott beweisen. Wir können auch Gott nicht beweisen. Wir können mit unserem Leben sagen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Dass Jesus mein Leben verändert hat. Früher war ich das. Heute bin ich nicht mehr das. Früher habe ich das getan. Heute tue ich das nicht mehr. Weil Jesus mein Leben verändert hat. Das ist ein Jünger Jesu. Das zweite, was er sagt uns, und tauft sie auf den Namen des Vaters. Die Jünger, die jetzt zum Glauben gefunden haben. Die Menschen, die jetzt gläubig geworden sind. Wir sollen sie taufen. Taufen auf den Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes. Und das dritte, lehrt sie alles. Halten. Ein Jünger ist derjenige, der jetzt nicht nur gläubig geworden ist, irgendwann vor 20 Jahren und sagt, okay, ich bin jetzt gläubig und jetzt gehe ich mal irgendwann in den Himmel. Allein, ein Jünger ist auch derjenige, der die Gebote Gottes befolgt. Der sich taufen lässt und dann in der Lehre Christi bleibt. Und wir werden nie auslernen. Hat jemand schon ausgelernt? Aus der Bibel weiß alles, was Jesus sagt. Weiß alles, wie man leben soll. Meine Lieben, wir sind jeden Tag konfrontiert mit Dingen, mit verschiedenen Dingen, die der Teufel uns bringt. Wir sind jeden Tag konfrontiert, aber wir werden nie auslernen. Wir werden immer wieder unterwegs sein. Wir werden immer wieder den Heiligen Geist brauchen. Immer wieder ein neues Wort vom Herrn bekommen. Immer wieder brauchen wir Kraft. Immer wieder. Und das heißt, dass wir einander lehren sollen, ermahnen sollen, helfen sollen, mitgehen sollen. Drei wichtige Dinge. Zu Jünger werden, sich taufen lassen und dann in der Lehre Christi bleiben. Und nicht umgekehrt. Und das ist das Wichtige. Das Erste, ein Jünger, Jesu. Zweite, sich taufen lassen. Dritte, Jesus Christus nachzufolgen. An ihn glauben heißt, unsere Schuld und Sünden bekennen und in seine Vergebung eingehen. Taufen kommt, das Wort Taufe kommt aus dem Griechischen. Wir wissen, das Neue Testament ist in Griechisch gesprochen. Taufe heißt eigentlich Papdizo oder Papdizomai. Papdizomai heißt untertauchen oder eintauchen. Untertauchen. Papdizo heißt untertauchen. Derjenige, der sich taufen lassen will, der muss sich untertauchen. Ist ein symbolisches Bild meiner Leben. Wie gesagt, Taufe rettet keinen Menschen. Nur mein Leben, meine Hingabe zu Jesus, mein Abkehr von der Sünde. Metanoia heißt es in Griechisch. Ich bin in eine Richtung gegangen. Ich habe so mein Leben gelebt. Ich habe das und jenes getan. Ich habe gedacht, das ist gut. Und irgendwann habe ich gesagt, stopp. Das ist nicht okay. Ich wende mich 180 Grad und gehe in die andere Richtung. Richtung Gott. Richtung Himmel. Es heißt Metanoia. Umkehr. Abkehr. Und in die andere Richtung gehe. Und es heißt, wenn ich zu Gott komme, es heißt, ich kehre um. Ich nehme sein Leben in mein Leben auf. Und jetzt gehe ich. Und Taufe ist ein Bild, wo ich mich Jesus hingebe. Wo ich alles ihm hingebe. Ich sterbe jetzt für mein Leben. Ich sterbe für das, was ich mein dachte. Es geht zu mir. Das bin ich. Und das wird meins sein. Und ich kann mein Leben leben, wie ich will. Nein. Wenn ich mich zu Jesus bekehre. Und mich bekehre. Und mein Leben Jesus anvertraue. Es heißt, es ist nicht mein Leben. Er hat dafür bezahlt. Er kann es bestimmen. So, wie er es will. Und Taufe heißt, okay. Ich bin gehorsam. Ich lasse mich unter das Wasser. Eine Sekunde. Gut, dass nicht auf eine Stunde. Dass man nicht da. Auf eine Sekunde. Die Wellen bedecken uns. Und es ist ein Sinnbild für unser Tod. Es ist ein Tod für diese Welt. Wir gehen unter die Wellen unter. Wir sterben, wie Jesus gestorben war. Drei Tage im Grab. Und dann ist er auferstanden. Genauso wir. Es ist ein Symbol unseres Sterbens. Wir gehen unter die Wellen. Wir wellen, bedecken uns. Und dann stehen wir zu einem neuen Leben auf. Wie Jesus zu einem neuen Leben auferstanden ist. Wie er ein neuer Körper bekommen hat. So auch wir symbolisch stehen zu einem neuen Leben. Heute und jetzt schon in diesem Leben auf. In Römer 6, Vers 3 und 4 sagt uns Apostel Paulus. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist. So auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus wusste auch keine andere Taufe. Damals im ersten Jahrhundert. Es war ganz normal, die Menschen kamen und sie ließen sich taufen. Und er sagt, ihr gebraucht ja das Bild, wie auch wir heute mit Christus begraben worden sind. Und wie ihr heute jeder, so sollen wir auch auferstehen zu der Herrlichkeit Christi. Genau so, wie wir mit Christus begraben sind, so werden wir auferstehen zu der Herrlichkeit Christi. Johannes hat damals, wie gesagt, am Jordan getauft und im Jordan war viel Wasser. Und der Jordan, wissen wir, fließt in das Tote Meer, oder? Wer war schon Israel oder weiß, was Israel ist, das Land ja, geografisch. Jordan fließt ins Tote Meer hinein. Und er hat ihm im Jordan getauft und so sinnbildlich können wir nachvollziehen, dass diese Sünden alle, die in das Wasser gelegt werden oder in den Grab gehen, die werden in das Tote Meer oder in der Meer der Vergessenheit Gottes, die werden dort vergessen, alle deine Schulden, meine Schulden sind alles wird vergessen. Wenn wir uns Christus hingeben, wenn wir uns taufen lassen, sagt Jesus, nicht mein Leben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich will dir vollkommen gehorchen. Die Bekehrung ist eine Umkehr, ist eine Abkehr von dem alten Wegen, von allem, was sich getan hat. Taufe ist ein Sterben für Christus, ein Bund mit Christus, eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft im Glauben mit Christus. Kann aber die Taufe unsere Sünden heute abwaschen? Nein. Die Taufe kann deine und meine Sünden nicht abwaschen. Es geht nicht. Petrus predigt in Jerusalem am Pfingsten. zu vielen Menschen. Die erste starke Predigt in Jerusalem. Nach Pfingsten, als der Geist Gottes auf die Gemeinde fiel. Die erste Predigt in der Apostelgeschichte 2, Vers 37. Lass uns mal das anschauen. Als sie aber das hörten, die vielen Menschen, die da zu dem Fest kamen, nach Jerusalem, zum Pfingstfest, Schawot, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und eure Kinder und allen, die ferner sind, auch heute denen die Freundstadt leben, oder? So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Okay, es heißt, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, es geht um die Menschen, die bereitwillig sein Wort aufgenommen haben. Es geht um die Menschen, die geglaubt haben jetzt dem Petrus, die gesagt haben, Petrus, was sollen wir tun, Brüder, was sollen wir tun? Petrus sagt, glaubt an das Evangelium. Glaubt, tut Buße, kehrt um und lasst euch taufen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Und das ist der Weg, wie wir heute gehen dürfen. Das Erste tut Buße, kehrt um. Ein Mensch, der sich wirklich, wie er ein Kind Gottes werden kann. Das Erste, das Wichtigste in seinem Leben, Umkehr. Umkehr von jeder Schuld und Sünde. Zu Jesus kommen, zum Kreuz kommen und bitten um Vergeben. Das Zweite, sich taufen lassen und dann Nachfolger werden. Die Bibel sagt uns nirgendwo von einer Säuglingstaufe. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass es eine biblische Taufe ist. Die Säuglingstaufe, eigentlich sie begann im Jahre 200 nach Christus. Bis zu dieser Zeit, wenn wir die Geschichte lesen, war die Taufe eine Glaubenstaufe in der Kirche. Bis zu dieser Zeit haben die Leute auch nichts anderes gewusst, als nur sich sozusagen Glaubens- oder Großtaufen. Im Jahre 200 kam die Lehre aus Katago, aus Nordafrika, nach verschiedenen Gemeinden. Und der Kirchenvater Tertullian, wenn wir von ihm was gehört haben, eben, er schrieb schon in seinen Briefen, wie er sehr stark kämpfen musste mit dieser falschen Lehre. Was war das für eine Lehre? Warum sollten die Kinder oder die Säuglinge getauft werden? Es war damals so die Lehre aufgetreten, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, er wird mit seinen Erbsünden geboren. Und das stimmt auch. Jeder Mensch hat irgendwas schon mitbekommen von unserem Ur-Ur-Ur-Großvater Adam. Wir haben ein Virus, jeder hat bekommen, unser Herz, dass wir jetzt nicht von Gott weg sind. Er ist schuldig geworden, wir sind alle, seine Nachkommen. Und die Lehre war so, dass wenn ein Mensch, je schneller ein Mensch das tut, je schneller ein Mensch sich mit der Taufe taufen lässt, desto schneller wird er frei von den Erbsünden. Und dann kann er leichter durch sein Leben kommen. Und die Lehre, wo du so in die Kirche hineingehst, ist nicht schlecht eigentlich, je schneller du dich bekehrst, oder je schneller du dich taufen lässt, desto bist du frei von der Sünde. Aber das stimmt nicht. Wie gesagt, Tertullian, er musste lange Zeit kämpfen darüber, aber es hat sich mehr und mehr ausgebreitet. Im Jahre 400 nach Christi, Geburt, da war so ein Kirchenvater, kennen wir den Augustinus, er hat es aufgenommen, sehr stark in sein Leben, in sein Herz, er hat sich bekehrt und wenn wir seine Geschichte lesen, sehr interessant, der Kirchenvater Augustinus, er hat die Lehre aufgenommen und er hat wirklich ganz stark geprägt in der Kirche und das wurde zu einer wirklich, zu einer Dogma später in der Kirche, da war keine evangelisch-katholisch, da war nur eine Kirche, wissen wir, und er hat es so stark geprägt, diesen Gedankengut, und die Bischofin, die waren Konzilien später, viele Jahre später waren viele Konzilien und irgendwann hat es wirklich in der Gemeinde als Notwendigkeitstaufe, wurde es aufgenommen, dass die Zeugnistaufe sehr, sehr wichtig ist. Wenn das nicht geschieht, dann wird, wenn ein Kind stirbt, wird er nicht mehr selig. Und das wurde im Jahre 600 nach Christus, wie gesagt, zu einer Dogma in der Kirche. Und diese Säuglingstaufe hat die Glaubenstaufe verdrängt. Die wurde aus der Kirche verdrängt. Menschen, die sich groß taufen ließen, sie wurden verfolgt, weil die Kirche beschlossen hat, das ist das Richtige und das ist das, was eigentlich die Kirchenväter auch beschlossen haben. Aber eigentlich sagt uns die Bibel was ganz, ganz anderes. Lass uns zurückgehen. Wie wurde die Taufe in der ersten Gemeinde praktiziert? Und was bedeutete die Taufe der Christen damals? Es wird sehr viel diskutiert und es wird sehr viel, ich rede ganz offen über Säuglingstaufe und Glaubenstaufe. Meine Lieben, es ist sehr wichtig, damit wir es wirklich wissen, um was es geht. Es geht nicht um deine Meinung, um meine Meinung. Es geht nicht um die Meinung, was früher war, was die Menschen glaubten und nicht glauben. Es geht um das Wort Gottes. Es geht nicht um das, ob du getauft bist oder du nicht getauft bist. Nochmal, die Taufe rettet niemand. Aber wichtig ist, was ich heute glaube. Was sagt die Bibel und wie nehme ich das Wort Gottes ernst an? Darum geht es. Und darum rede ich ganz offen zu denen, die mich hören werden später auch. Was ist Säuglingstaufe? Was bewirkt die Säuglingstaufe? Und was ist eigentlich die Glaubenstaufe? Warum gibt es so einen Streit in der Christenheit? Warum wird diskutiert hin und her? Warum sind so viele Gemeinschaften? Warum sind so viele Dinge in unserer Welt, dass viele Menschen das nicht verstehen? Viele Menschen, die kämpfen bis aufs Blut. Das ist das Richtige. Und da bleibe ich stehen. Meine Lieben, es geht nicht darum. Meine und unsere Meinung. Es geht um das Wort Gottes. Amen. Lass uns das Wort Gottes anschauen. Was war da in der ersten Gemeinde? In Apostelgeschichte 16, Vers 30, 33. Das ist die einzige Geschichte, wo die Vertreter der Säuglingstaufe versuchen, auf das zu stützen und sagen, schaut mal, da im Hause des Kerkermeisters waren viele Kinder. Könnte sein, dass Babys waren und da Säuglinge. Und da wurden sie getauft. Lass uns mal ganz genau mal diese Geschichte lesen. Und er führte, es war der Kerkermeister, Paulus und Silas waren im Gefängnis, wissen wir, sie wurden ausgepeitscht, die haben geblutet und jetzt kommt dieser Kerkermeister, war ein Erdbeben, kommt dieser Kerkermeister in das Gefängnis und ja, er sieht, Paulus und Silas, die sind da und keiner, die Gefangenen sind alle da und sagt, tu dir gar nichts, wir sind alle hier, alles gut. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Die haben nicht gesagt, taufe dich. Die haben gesagt, glaube. Das Erste und das Wichtigste, glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist, was wir heute brauchen. Die Taufe, nochmal, rettet keinen Menschen. Die Taufe ist etwas anderes, was sie jetzt uns sagt, die Bibel sagt. Und sie sagten ihm, Entschuldigung, ja, und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und das ist der Punkt. Sie sagten das Wort allen, die im Haus waren. Die im Haus waren. Die, die das gehört haben. Ein Baby konnte das Wort nicht hören und verstehen. Ein Säugling konnte das Wort nicht hören und verstehen. Sie sagten das Wort allen, die das Wort, oder die im Haus waren. Und die Leute haben es verstanden, was das Wort Gottes hier war. Und er nahm sie zu sich in einer Stunde der Nacht und wusch ihnen die Stremen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen. Er und alle, die seinen. Es heißt, die Menschen, die das Wort gehört haben in diesem Haus und verstanden haben. Die Bibel sagt uns nichts von den Säuglingen her, nichts von den kleinen Kindern, die getauft werden sollten scheinbar. Die Bibel sagt von denen, die jetzt da gehört haben, das Wort aufgenommen haben und dann ließen sich taufen aus dem Glauben. Wir brauchen in der Bibel nicht suchen das, was nicht geschrieben da steht, meine Lieben. Die Bibel ist sehr klar und sehr offen. Und das will ich jedem ans Herz legen. Such nicht das, was dort nicht steht. Die Bibel ist ganz klar. Die Bibel spricht ganz offen. Und die Bibel, in der Bibel finden wir immer Antworten durch sein Wort. Durch die Bibel finden wir die Antworten auf alle unsere Fragen. Und darum, die Bibel erklärt sich selber. Zuerst kommt der Glaube hier und dann kommt die Taufe. Das ist sehr, sehr wichtig. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Da ist noch eine interessante Geschichte. In Samaria, da war dieser Evangelist Philippus und er hat gepredigt. Viele Menschen in Samaria haben sich bekehrt, die glaubten dem, was hier Philippus gesagt hat, glaubten dem Evangelium und da wird gesagt, und als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu verkündigte, sie haben geglaubt, dass ließen sich Männer und Frauen taufen. Auf das geglaubte Wort, auf das, was ich jetzt geglaubt habe, auf das, was Christus für mich getan hatte, das, das haben die aufgenommen und gesagt, okay, und wenn das so ist, dann lassen wir uns taufen und sterben mit Christus und auferstehen zu einem neuen Leben. In Petrus, eigentlich ist der Petrus 1, 3, 3, 20, 21, ich will uns heute ein bisschen mehr Bibel stellen, dass wir wissen, dass die Bibel darüber sehr, sehr viel, oft und sehr oft spricht, über die Taufe und das ist sehr, sehr wichtig. Die vor Zeiten, es geht um, ja, um die Geister da, um die Menschen von Noah, sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noas, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerett wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem biblischen Sinn, entschuldigen, bildlichen Sinn, rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Nochmal, das ist ein sehr wichtiger Punkt hier, dass die Taufe, die wäscht meinen Schmutz, meinen Dreck, meine Sünden nicht ab, das tut die Wiedergeburt, das tut der Heilige Geist, wenn ich ihn einlade, zu mir zu kommen, wenn ich Buße tue für mein Leben, dann kommt der Geist Gott und er wascht meine Unreinheit weg ab, er nimmt das alles weg, aber es ist ein Zeugnis, da schließe ich ein Zeugnis mit Gott, ein gutes Gewissen, ein Bund und sage, Vater, ich schließe jetzt mit dir ein Bund, ich will ein gutes Gewissen mit dir haben, ich will mit dir leben, ich will, dass dein Willer mein Willer wird, ich will, dass du, was du sagst, das will ich tun, das hat Jesus getan, Jesus war unser Vorbild, er hat alles getan, er hat nichts getan, was der Vater nicht, was er beim Vater nicht gesehen hatte, oder? Er steht in Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 19, er sagt, ich tue nichts, absolut nichts, was ich nicht sehe was mein Vater tut, Jesus hat alles getan, und hier sagt uns der Petrus, dass die Taufe, das ist ein billiges, das ist ein Sinn der Rettung, wie damals die Menschen in die Arche gingen, die acht Menschen, die wurden gerettet, Wasser kam und die wurden gerettet, so auch wir heute, durch die Taufe, durch den Gehorsam Christi, durch unsere Bekehrung, Taufe, Wiedergebot, wir bekommen ein neues Leben, was bedeutet die Taufe für dich und mich heute ganz, ganz persönlich, wisst ihr, das Wort Teufen, das altdeutsche Wort, Teufen, es hat einen Sinn, es heißt, in die Tiefe sinken, wenn wir noch nicht altdeutsch sprechen, aber wenn wir jetzt das Wort Teufen gehört haben, ich habe im Internet nachgeschwärt, Teufen heißt in eine Grube oder in eine Schacht hinein versenken sich lassen oder Teufen ist untergraben werden, Teufen, das altdeutsche Wort und da kommt das Wort Taufe, das haben die Deutschen dann als Taufe hinein versenken sich lassen, unter das Wasser gehen, das heißt Taufe, das deutsche alte Wort, darum hat es nicht mit Besprengelzeit zu tun, es hat gar nichts, die Taufe mit Tropfen auf den Stirn, es hat gar nichts zu tun, ich sage, es kam in den Jahrhunderten später als falsche Lehre in die Kirche hinein, das wurde aufgenommen, aber das hat keine Sache mit der Bibel, nichts mit der Bibel zu tun. Der erste Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe, was Taufe für mich heute, für uns alle bedeuten kann oder sein ist, die Taufe, es heißt bildlich gesehen, in den Tod mit Jesu gehen, in den Tod mit Jesus, in den Tod mit Jesus. In Galater 2, Vers 20, sagt uns Paulus, dass nicht ich, sondern Christus lebt in mir jetzt, nicht ich, nicht ich, sondern Christus lebt in mir, ich bin für Christus gestorben, ich habe mein Leben Christus anvertraut, er ist mein Gott jetzt und ich gehe diesen Weg, ich will nicht mehr mein Leben leben, ich habe einen Bund mit Gott geschlossen, ich habe mich taufen lassen, das heißt, ich habe mich in die Tiefe versenkt, hinein versenkt, die Wellen haben mich beträgt, ich bin für mein Leben gestorben. Ich habe es gesagt, wer sein Leben nicht aufgibt, kann mir nicht nachfolgen. Und es ist ein Sinnbild, dass wir es bewusst, öffentlich, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt tun, wie es Jesus getan hat und wie es viele, viele Christen heute tun. Das erste ist für uns die Taufe, einbildlich gesehen, in den Tod mit Jesus zu gehen. Das zweite, eine bewusste Glaubenstaufe, es heißt, ich bekenne mich zu Christus. Ich bekenne mich zu Christus. Galater 3, Vers 26, 27. Galater 3. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes, in Christus Jesus. Durch den Glauben. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das geht wieder, ihr durch den Glauben seid ihr Söhne geworden. Und wenn wir Söhne Gottes geworden sind, dann sind wir in ihn hineingetauft. Und das heißt, wir haben Christus angezogen. Wir haben das, was er hat, die Gleiter Gerechtigkeit, alles, was Christus besitzt, alles, was er hat, alles haben wir heute durch Christus, durch die Taufe, durch die Bekehrung, durch Metanoie, durch Umkehr, haben wir, durch ein neues Leben, haben wir alles in Christus. Ihr habt Christus angezogen, denn ihr alle seid Söhne, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, habt ihn auf, oder, angezogen, aufgenommen, er lebt in euch. Ist er in der muslimischen Welt, ist es nicht einfach. Du kannst dich bekehren zu Gott. Du kannst leben als Christ. Du kannst, könnte sein, zum Gottesdienst irgendwo hingehen. Aber wenn ein Mensch sich taufen lässt, bewusst, es kann ihm das Leben kosten. es ist nicht einfach, weil es ist ein öffentliches Bekenntnis, aber auch nicht, wenn auch in der Badewanne, ihr habt so viele Geschichten hören, wenn die Menschen sich auch in der Badewanne taufen lassen, in der muslimischen Welt, wo die Menschen öffentliches nicht tun können, aber wenn das jemand erfährt, es kann ihm das Leben kosten. Weil ein Bekenntnis zu Jesus, ein volles, ich will nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben, ich gehe in den Tod, ich will für Jesus leben, ich will jetzt Jesus folgen. Die Glaubenstaufe ist nicht die Fortsetzung der Beschneidung im Allentestament. Das ist sehr wichtig. Manche sagen, ja, die Taufe ist eine Fortsetzung, was damals im Volk Israel gewesen war, die Jungs waren am achten Tag beschnitten und die Taufe ist jetzt eine Vorsetzung. Es geht weiter. Taufe kann es nicht sein. Meine Lieben, wenn damals die Beschneidung vor Gott so wichtig war, dass Gott sagte, wer sich nicht beschneiden lässt, der muss sterben. Wie viel mehr heute in der Zeit der Gnade, wenn wir Gott ungehorsam sind, in allem, was er uns sagt, in seinen Geboten denken, ich weiß es besser oder irgendwie die Kirchengeschichte weiß es besser und wir glauben dem Wort nicht. Wie viel mehr wird uns das Treffen sein? Zorn, wenn wir ihm nicht gehorchen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott ganz ernst meint, wir sollen ihm gehorsam sein. Und das vierte, ein Schritt des Gehorsams ist die Taufe. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus selbst, Liebt er mich, so haltet meine Gebote. Wer Jesus lieb hat heute, der haltet seine Gebote. Nicht die menschliche Gebote, nicht die Überlieferung, nicht das, was die Menschen heute denken oder meinen. Es geht gar nicht darum, Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und das will ich jedem ins Herz legen, meine Lieben. Es geht nicht jetzt heute unbedingt um die Taufe. Alle andere Dinge, was Jesus uns gesagt hat, alle andere Gebote, was wir tun sollen, wenn wir die, wenn wir Jesus lieben, wir kennen das nicht anders. Wir wollen und wir werden es tun, oder? Wir wollen ihm folgen, wir wollen ihm gehorchen, weil wir eines Tages ihn schauen. Und darum ist es so wichtig, und gerade in Bezug auf die Taufe, wenn ich weiß, was Jesus befohlen hat, was Jesus gesagt hat, will ich seine Gebote halten, will ich ihm folgen. Ich habe mich mit 17 Jahren bekehrt, äh, Tauferlasser. Es war nicht einfach für mich. Ehrlich gesagt, ihr habt vieles nicht verstanden damals. Mit 17 Jahren, ich wusste, da wurde eingeladen, alle, die sich taufen lassen wollen, dürften sich taufen, aber wir waren in der Verfolgung gerade. Und da war nicht einfach, sich taufen zu lassen. Aber wir hatten einen Bruder, ich habe mal vielleicht von ihm erzählt, er hieß Heinrich Baumgärtner. Er war 25 Jahre im Gefängnis für den Glauben. Aber als Stalin gestorben war, wurde er amnistiert und freigelassen. Er war nur fünf Jahre im Gefängnis. Aber für den Glauben waren die Leute damals 25 Jahre, weil sie anders gedacht haben, anders gelebt haben, anders geglaubt haben. Und als er zurückkam, hat er gesagt, ich habe keine Angst, ich werde, ich gehe voran. Er war unser, also das war Feuer in der Gemeinde. Und da war ein Aufruf und wir sind sechs Jungs, haben uns gemeldet, wir wurden uns taufen lassen. Und da war in einem alten Shiguli, Lada, wer weiß, das alte russische Auto. Und er war vorne gesessen mit seinem Sohn, mit dem Autofahrer. Und wir sechs Jungs hinten haben uns verquächt, im Kofferraum, irgendwo zu sechs waren wir und wir sind gefahren, die Berge. und wir haben dort in dem Berg eine herrliche Stunde erlebt. Er hat ein kurzes Wort uns gesagt, gepredigt. Er hat uns als Jugendlicher ermutigt und ermahnt und sagt, wenn er diesen Schritt tut, tut er es von Herzen. Dann seid ihr wirklich gestorben. Ich will euch sagen, das ist nicht einfach. Ihr könnt sein, er hat noch nicht gewusst, dass jetzt mal eine Zeit kommt der Freiheit. Wenn er das tut, es könnte sein, ihr werdet mit eurem Leben bezahlen können. Die Kommunisten sind hart, die werden euch verfolgen. Aber wenn er das tut, tut es von Herzen. Glaubt eurem Jesus. Er hat uns so ermutigt, er hat uns gesegnet damals und ich danke diesem Segen bis heute. Das ist schon mir geblieben. Damals, die Entscheidung war für mich wichtig. Wie gesagt, ich wusste nicht alles. Ich kannte die Schrift noch nicht so, wie es sein sollte. Ich habe nur gesagt, Herr, ich will dir folgen, ich will dir gehorchen und alles, was dein Wort sagt, will ich tun. und da hat mich diese Taufe sehr damals ermutigt. Sehr ermutigt. Er hat mein Leben Jesus geschenkt. Er hat mein Leben Jesu vertraut. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf Gott hören, auf sein Wort hören und die Taufe wirklich in der Taufe auch leben. Zuerst in der Bekehrung, in der Wiedergeburt, in dem, was Jesus uns sagt, dass wir es tun sollen und dann auch bereit sind, uns taufen zu lassen. Und nicht, was die Menschen heute sagen. Meine Lieben, ich weiß, in vielen Familien ist heute, gerade hier in Deutschland, ist ein Kampf. Ist das richtig oder nicht? Ich habe mich doch als Babys oder Säugling, haben mich Leute getauft. Das spielt keine Rolle. Du bist noch kein Kind Gottes dadurch. Kein. Und durch die Konfirmation sehen wir, was heute in Deutschland passiert. Wie viele Menschen, es wird gesagt, Deutschland ist voll mit getauften Heiden. Voll. Die Kinder werden getauft. Aber die glauben nicht. Und die Konfirmation kommt und leider ist es oft nicht so, dass die Menschen da in der Kirche bleiben. Wie viele treten heute aus? Mein Lieben, dann muss es doch was sein da. Das ist doch nicht das, was Gott will. Gott will eine bewusste Entscheidung für uns heute. Gott will, dass wir bewusst uns entscheiden und in den Tod gehen und sagen, Jesus, ja, jetzt gehe ich mit dir in den Tod. Ich will leben. Ich will leben, so wie du sagst. Ich will dir folgen. Ich will dir gehorchen. Und dann folge Gott. Folge Jesus. Nicht das, was die Menschen sagen. Nicht, was deine Eltern, Großeltern sagen. Irgendwann ist das oder das richtig. Nimm das Wort Gottes. Lies, studiert das Wort. Und das ist alles, was wir brauchen heute. Da ist alles, da ist alles drin geschrieben. Lies dann das Wort mit Herzen. Ich weiß, dass wir das auch von Herzen tun. Aber es wird vieles heute gesagt. Nicht die Überlieferungen, aber das, was das Wort. Ich habe mal einen Satz, wo ich 18 Jahre alt geworden bin, von meiner Schwester bekommen, ein Gedicht. Und da steht geschrieben, höre nicht, was Menschen sagen. Tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir dein Urteil spricht. Und das ist mir geblieben. Ich soll nicht auf Menschen hören, nicht auf Menschen fragen, was die sagen, was die über mich meinen, über mein Leben. Was geht es den Menschen an, wenn ich mich entscheide? Was geht es den Menschen an, was die über mich meinen oder nicht meinen? Es geht um das Wort Gottes. Und ich will Jesus gehorchen. Ich will Jesus folgen. Und ich komme zum Schluss. In Johannes 9, Vers 23, steht ein wunderbares Wort. Das hat Jesus gesagt. Johannes Evangelium, Entschuldigung, Lukas Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Lukas Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Das sagt uns selbst Jesus. Er sprach aber zu allen, auch zu uns heute. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Mein Lieber, Nachfolge ist kein Spaziergang. Nachfolge ist keine Meinung. Ich kann heute Nachfolge und morgen mal schauen. Nachfolge ist sterben. Nachfolge ist das Kreuz nehmen. Und das Kreuz war damals ein Werkzeug, an dem Menschen getötet wurden. Und ich sage, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, dieses Werkzeug der Tötung nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, mit Jesus zu leben, für Jesus zu sterben, für diese Welt, dann bin ich kein Nachfolger Jesus. Das ist so wichtig, meine Lieben. Die Bibel meint sehr ernst darüber. Die Bibel meint sehr offen darüber. Und darum, lasst uns das Wort ernst nehmen. Taufe ist nochmal ein Schritt des Glaubens. Taufe ist ein Sterben für Jesus. Taufe ist ein ewigen Bund mit ihm. Taufe ist eine Verlobung. Taufe ist Bereitschaft aus reinem Gewissen, aus festem Glauben, Jesus nachfolgen. Und das wünsche ich jedem, der noch diesen Schritt nicht getan hat, der noch nicht weiß, der unsicher ist, der hat viele Fragen. Aber lasst uns da weitergehen. Lasst uns fragen, was sagt Jesus so vieles uns in der Bibel über die Taufe? Nehmt das Wort, liest das Wort, forscht in das Wort, bietet den Heiligen Geist und uns wird getan. Ihr habt gesagt, bittet, so wird es euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Denn glaubt fortan, so wird es euch aufgettern. Und das ist, was wir heute brauchen. Ich segne jeden von uns. Lasst uns das Wort in unseren Herzen wirklich Frucht bringen. Es geht nochmal um die Ewigkeit. Es geht um alles, was Jesus gesagt hat. Es geht um die Gebote Gottes, die wir halten sollen. Und das ist manchmal hart, ich weiß. Es ist hart, Jesus nachzufolgen. Es ist hart, alles zu tun, was Jesus gesagt hat. Besser wäre es, dass wir anders was tun. Aber das ist was, was die Welt nicht versteht. Das ist unser Leben, das ist die Nachfolge. Und darum rufe ich jeden auf, lasst uns richtige, gute Nachfolger Christi werden. Lasst uns das fortbefolgen und in seinen Fußstafeln ihn folgend eines Tages ihn sehen. Amen. Amen. Lass uns bitte aufstehen zum Gebiet. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe zu uns Menschen. Ich danke dir für dein Wort, das du uns hinterlassen hast. Und schon seit 2000 Jahren ist es das Wort aktuell, genau heute und jetzt für uns. Ich danke, dass wir das Wort lesen dürfen, uns prüfen dürfen in deinem Wort und verstehen dürfen, was du uns sagst. Ich danke dir, mein Vater, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und ich danke, dass dein Wort uns neue Horizonte öffnet, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, wie wir in diesem Leben durchkommen können. Und ich danke dir für all die Gebote, die wir bekommen haben von dir. Und ich danke dir, dass wir sie befolgen dürfen heute, dass Gnade, dass wir in deinen Geboten heute leben dürfen. Und du hast gesagt, wer mich liebt, der haltet, der wird meine Gebote halten. Danke, Jesus. Danke, dass wir dich lieben und dass wir deine Gebote von Herzen halten wollen. Ich weiß, dass jeder von uns, der das Wort heute gehört hat, er will dir folgen, er will dir von Herzen gehorchen, er will dir wirklich nachfolgen. Und ich danke dir, Jesus, für jedes offenes Herz, für jedes Herz, das dir bereit ist, zu folgen und dir zu glauben. Und ich segne diejenigen, die jetzt vielleicht neu mit diesem Wort konfrontiert wurden. Vater, lass dieses Wort in unseren Herzen wirklich etwas aufbrechen. Lass dieses Wort in unseren Herzen etwas auftun. Denn wir leben hier in diesem Land, wo so vieles, so vieles gesagt und gesprochen wird. Aber Vater, wir wollen, dass wir in das Wort hineinkommen, dass wir das Wort ernst nehmen, dass wir das glauben, was das Wort sagt. Nicht Menschenmeinungen, nicht das, was gesagt und gesprochen wurde, sondern dein Wort ist unsere Kraft. Dein Wort ist unsere Stärke. Und ich segne, Vater, jeden Einzelnen. Lass dein Wort unsere Herzen wirklich weiter bewegen und Frucht bringen für die Ewigkeit. Danke, Vater, dass du jetzt uns hörst in dem kostbaren und wunderbaren Namen Jesu. Amen.